Hallo Leute und herzlich willkommen hier bei South Park, The Stick of Truth. Wir befinden uns hier immer noch in dem Kanal. Naja, wir sind in der letzten Folge kurz raus. Na du? Ja, wir sind in der letzten Folge kurz raus, aber hat ja nicht so viel gebracht. Wir haben zwar eine kleine, naja, Schnellreise ist es nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Oder wir haben eine kleine Abkürzung freigeschalten und damit konnten wir dann hier wieder zurückgehen. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier noch zu tun haben eigentlich. Weil ich bin ein bisschen verwirrt. Ich frage mich immer noch, kommt man da irgendwann mal rein? Oder kamen da nur Ratten raus? Ich weiß es nicht. Ich muss mich versuchen daran zu erinnern, dass das da war. Ich weiß gar nicht. Achso, hier sind wir wieder bei Mr. Henki. Okay, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Aber da haben wir auch so ein Löchlein. Jo, da oben waren wir noch nicht eigentlich die erste und die einfachste, wenn man das so sieht. Weil du müsstest hier, glaube ich, nur hier hinten langen, um das eine Ding abzudrehen. Ja, ist das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe. Ist auch zu einfach gewesen. Ne, Kollegin? Danke, Herr. Ich wünsche mir, dass ich ein sicher und warmes Umfeld hatte, in der ich zu leben kann. Aber ich habe nicht, also ich glaube, ich gehe nach Hause. Amber, neue Freundschaftsanfrage. Jo, damit haben wir das hier, glaube ich, erledigt. Können wir wieder zurückgehen. Ging ja doch wesentlich schneller als erwartet, oder? Warum kann ich nicht auf die andere Seite böppeln? Na, egal. So, Mr. Henke, deine Kinder sind wieder da. Danke, dass du meine Kinder gefunden hast. Danke, die schönen Mann-Nuggets. Danke. Wenn du meine Hilfe brauchst, dann kenne ich einfach auf mich und ich werde da sicher als ein Scheiß am Sonntag. Ja, da geht's. Yay. Ähm, okay. Mr. Henke und Mrs. Henke, neue Freunde und Stück Scheiße zum Herbeirufen freigeschaltet. Sehr, sehr schön. Dann haben wir jetzt erstmal die Kanalisation abgeschlossen. Können jetzt wieder nach draußen. Ich hoffe, dass sie ist schneller, als wenn wir den anderen Weg gehen würden. Warum gibt's hier einen Ladebildschirm? Wir sind doch erstmal, genau, wir sind doch erstmal hier im ersten Teil der Kanalisation. Naja, egal. So, was ich mir heute vorgenommen habe, das sind so ein paar kleine Nebenquests, die zu erledigen. Hallo, alter. Ähm, und zwar geht das Ganze los mit dem Post Office. Ich glaube, nee, es war nicht das Post Office. Das war auch nicht das. Hab ich schon angebucht. Oh, ich weiß nicht. So, guck mal, hier oben können wir noch hin. Na, um uns da drauf zu setzen. Dann können wir da hin. Oh, Taco Bell, guck mal im Hintergrund. Taco Bell, der bald kommt. Da freue ich mich aber. Beatnik Schnurrbart, knappe Handschuhe. Okay, gut. Neue Nachricht von Mr. Henke. Das gucken wir uns dann irgendwann mal an. So, ich gehe wieder nach unten. Und, ähm. Ach, wir sind dahinter gelandet. Okay, ich habe mich gerade gefro- gewundert. Wir müssen in die Bank rein. Und zwar nicht wegen irgendwas, sondern wegen irgendwas anderem. Denn guckt mal, da unten sind ein paar Füße. Fillmore, raus da, du Idiot. Indem ich auf YouTube nachgeguckt habe. Weil ich nicht alles absuchen wollte. Ja, ich gebe es zu. Kannst du ein Geheimnis behalten? Neither kann ich. Okay. So, wir haben sechs von sechs Kindergartenkindern. Das ist doch schon mal super. Dann können wir hier oben nochmal hingucken. was es hier denn so tolles gibt. Oh, da ist eine Persönlichkeit. Oh, das war nicht ganz so spannend. Oh, hallo. Ja, finde ich auch. So, alles klar. Dann wieder hier nach unten. Foto-Dojo. Da wollen wir nichts. Wir wollen auf den Spielplatz. Kindergartenkinder, ich habe euch alle gefunden. Du hast uns alle gefunden. Du gewinnen. Gegenstand entfernt. Kindergartenkinder gefunden. Okay. Stopp mich an mich. Es ist schrecklich. Ich starr dich doch gar nicht an. Naja, gut. Das wären die gewesen. Und damit die Quest. Dann. Können wir noch ein kleines Nebengeschichtchen machen. Bevor wir uns zu gewissen Sachen begeben. Und zwar ist in diesem Kumpel hier. Da. Bei ihm. Im Haus etwas, was wir uns nicht angeguckt haben. Was ich übersehen habe. Aber. Ich weiß es rein zufällig. Und zwar gibt es ein Geheimnis. Hier in diesen Wäldern zu entdecken. Wenn man einen speziellen Pfad läuft. Und das wollen wir jetzt mal probieren. Auch wenn uns dieser Wolf angreift. Oh Jesus. Not again. Not again. Sagt er. Vergiss es. Erstmal hier so. Und eins. Und zwei. Und Verbrämung. Und verlangsamt. Und dann nehmen wir einmal das. Mach's gut. Den Mond anheulen. Ich hasse euch so sehr. Blöden, räuligen Viecher. Ja. Der ist immun gegen. Hasse dich. Der ist der Typ immun gegen Zeitverlangsam. Und hört schon wieder den Mond an. Boah. Ich hasse diese Dinger. Eins. Zwei. Drei. Ja. Abwehren. Keine rote Rakete hier. Ähm. Diskus können wir noch machen. Dõ, 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 dõ. Ach, immer nur den nächsten. Scheiße. Naja, aber zumindest greift der wenigstens an. Das ist schon mal gut. Stop. Da. Verblättung. Das heißt, Stan kann ihn jetzt ausrotten. Must use. Auch wenn ich die falsche Taste gedrückt habe. Aber funktioniert trotzdem. Meine Güte. So, wir sind jetzt einmal nach rechts gelaufen. Wenn ich mich recht entsinne, müssen wir jetzt, da wir nach rechts gelaufen sind, einmal nach oben. Nach rechts. Nach unten. Und dann wieder nach rechts, wenn wir diese Wölfe los sind. Das ist eine super Idee. Also, ich muss sagen, ich habe auch nicht unbedingt das Bedürfnis gegen diese Dinger zu kämpfen. Aber, wenn wir es schon müssen, weil wir was hier im Wald zu erledigen haben, dann müssen wir es halt. Klatsch. Ich wusste es, Ruf der Wildnis, aber zum Glück nur ein kleiner. Klatsch, Klatsch, Klatsch. Und das Schwert. Der ist weg. Vergiss es, Alter. Nicht mit mir. Und einmal auf die Fresse. Oh ja, das finde ich auch. Gut. Hätten wir das erledigt. Und müssen jetzt nach rechts, glaube ich, ne? Ich glaube, wir sind richtig. Oh ja, wir sind richtig. Hier auf der geheimen Lichtung. Guckt mal, kennt ihr die? Die Tierchen des Waldes. Ist das nicht schön? Und alle feiern zusammen Weihnachten. Eigentlich müsste ich das jetzt so hochladen, dass diese Folge an Weihnachten rauskommen würde. Aber das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Schau mal, Leute. Die neuen Kinder kommen in die Fresse, um einen Seel zu erledigen. Ja! Wenn du deinen Seel zu erledigen möchtest, all du musst tun, ist zu erledigen, dass der eine echte Herr als dein persönliche Seelur zu erledigen und alle anderen als falsche Ideen zu erledigen. Du bist erledigt. Schöne mich an Satan, dein neuer Dreadmaster. Jetzt können wir alle Freunde auf Facebook sein. Ja! Ja! Heil Satan! Gelobt, sei Satan! Dann wird der Ende der Tage kommen, wenn unser Dreadmaster die Ozean und die Siege zu den Garten der Höhe. Jo, macht's gut! Ja. Das so als kleines Secret, wo man super, super viele Leute herbekommt. Wenn man die in der Freundesliste denn haben möchte. Aber wie ihr gesehen habt, man muss erstmal Satan anerkennen. Ob das so eine gute Idee ist, ist die andere Geschichte. Aber es hat jedenfalls geklappt und es ist für uns ganz schön zweckdienlich. Und deswegen nehmen wir das jetzt einfach mal an. Hast du klar, wow? Oh, er greift ihn trotzdem an. Ah. Jesus, nicht wieder. Ne, ich muss auch sagen, ich finde das auch nicht geil. Oh nein, du nicht. Ne, ne, ne. Naja, was haben wir denn hier noch so? Das wirbelnde Verhängnis. Das würde ich mal ausprobieren. Dreh L. Hier habe ich ein Dreidel. Das machte ich aus Lehm. Naja. Ist nicht so geil. Na gut. Finden wir denn hier irgendwie sowas? Wirbelschlitzer. Auf die Faräse. Verhaut mit dem Scheiß. Und tot. Ach, ruft der Wildnis. So, auf die Fresse. Gehen wir mitten auf die Fresse drauf. Und hier noch einmal den Diskus der Bacht. Ne, der ist natürlich nicht tot. So, nein, das lohnt sich nicht. Hier, bitteschön, einmal das und peng. Tschüss. Ja, das haben wir. Auch wenn es nur schon wieder Wölfe sind. Weil die einmal auf den Sack gehen. Wenn man wieder raus aus dem Wald will. Ich denke, wir gehen hier einfach mal vorbei. So, machen wir es halt so. Ich habe nämlich keinen Bock zu kämpfen zum 18. Mal gegen diese dämlichen Biester. La, 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 la. Ich gehe einfach immer links, bis wir irgendwann rauskommen. Ich bin über das. Riecht das noch jemand? Riecht das jemand? Irgendwie riecht es dir nach Kacke. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie riecht es dir nach Kacke. Sturm der Kacke. Danke, Mr. Hanky. Ist das ekelig. Ist das ekelhaft. Aber gut, dass wir ihn haben, auch wenn es richtig eklig ist. Vielleicht, wenn ich mal nach unten gehe. Ja, nach unten funktioniert es schon besser. Ah, guck mal. Jetzt sind wir schon wieder bei der Farm gelandet. Na gut, von mir aus landen wir auch bei der Farm. Dem Ort, wo ich mir das Achievement verbastelt habe. Das ist nicht schön. Das ist einfach nicht schön. Neue Nachricht von Mrs. Hanky. So, aber jetzt, wo wir einmal hier sind, können wir auch gleich hier mit hin. Denn hier haben wir immer noch nicht die Schlüssel. Nee, haben wir immer noch nicht. Okay, wie war das nochmal? Wir mussten hier durch Butters versteckt durch. Äh, durch Professor Chaos versteckt natürlich. Ähm, ja. Niemand weiß, wer Professor Chaos ist. Und dann müssen wir hier nach oben. Und genau, dann hatten wir hier die Sonde. Um da runter zu kommen. Knappenhelm. Und Mie... Mieze! Mieze geht's gut, Mieze schläft nur. Die arme Mieze. Mie, Mieze, Mieze ist in Ordnung. Mieze wird nichts geschehen. Nicht mehr. Wie kann ich nur so scheiße sein? Habenlose kleine Miezen. Menno. Na gut. Raus hier. Und dann zu Al Gore. Denn, wenn ihr euch erinnert, wir haben in der Kanalisation auch den Defibrillator angebracht. Und dementsprechend erledigt. Bitteschön. Gute Arbeit. Ich werde euch wissen, ob irgendwelche Updates auf ManBearPeg. Mieze sicher, die News auf Facebook verabschieden. Ich bin super serial. Okay. Quest erfüllt. Schweinebeermann. So, nach Kanada kommen wir nicht. Dann haben wir auf den ersten Blick... Ah, wir müssen das noch abgeben. Das mit den Obdachlosen. Jo, dann geben wir das als nächstes ab. Und dann geht's tatsächlich zu den Goth-Kids. So. Einmal hier. Ich glaube, das ist der nächste Bereich. Hey, Big Nose. Du solltest einfach mal die Fresse halten, Arschloch. Ah ja, guck mal. Das ist doch wirklich sehr nah gewesen. Alles gut. Oh, Frau Bürgermeister. Es ist erledigt. Danke, Kib. Dein Arbeit, die mit den Homelessen in South Park wird niemals vergessen. Hier ist dein Geld. Danke schön. Jut, dann hätten wir das. Und jetzt können wir eigentlich nur noch... Ja, eigentlich können wir nur noch zur Schule. Hier haben wir noch was. Ja. Zum Chin-Pokémon. Ah, gibt es viermal her. Lamporco. Ja, das kann passieren. Ja. Gut, wir sind da. Wir hätten auch Schnellreise benutzen können, aber Hauptsache, wir sind da. Und bevor wir gleich mit denen labern, würde ich einmal noch hier... 23 neue Freunde... Okay, was haben wir? Okay, was haben wir? Ich bin gerade am Zweifeln. Wenn Satan existiert, warum lässt er es zu, dass guten Menschen gute Dinge widerfahren? Jetzt aber Kopf hoch, alle miteinander. Wenn er ihnen keine Hoffnung geben würde, wie könnte er dann ihre Träume zerstören? Mein Mann denkt immer noch, dass sie ihm träumt. Ist das zu glauben? Schatz, das ist ein öffentlicher Post. Den kann jeder sehen. Gut, ich bin froh, dass es raus ist, denn ich bin es leid, wie eine Gefangene zu leben. Howdy, how. Vergiss nicht, dass Weihnachten vor der Tür steht. Ich bitte den Weihnachtsmann um einen neuen Mann, der nicht schlaff wird, wenn seine Frau ihm schmutzige Schweinereien erzählt. Schatz, wir haben darüber geredet. Du hast einfach wirklich kranke Sachen gesagt. Zumindest versuche ich jetzt perfekt nochmal. Ich bin die Einzige, die hier irgendwas versucht. Gut. Level 10 ist das Feuerschwert. Genau, Level 10. Na gut. Hier, die Vorteile. Zwei Pünktchen haben wir wieder. Starte ein Gegenangriff mit deinem Arsch, erfordert Mana, aber bewirkt mehr Schaden als ein Gegenangriff mit Waffe. Mhm. Deine magischen Angriffe mit Nah- oder Distanzwaffen bewirken zusätzlichen Schaden. Dann lohnt sich das vielleicht mal, da die Furzangriffe zu benutzen. Hm. Bei den Feinden. Mehr Schaden, wenn wir verletzt sind. MP. Erster Angriff im Kampf bewirkt zusätzlichen Schaden. Viel weniger Schaden, wenn man verletzt ist. Ich glaube, das hier nehmen wir und das hier nehmen wir. Okay. Jut. Kollegen, wir haben alles. Oh, Joy. Es ist Butthole, der Barbarian von den Dungeons des Dumbass. Du hast gesagt, er sieht besser. Ja, er ist fast ein Gott. Being Gott ist nicht nur wie du dressst. Es ist ein Schaden. Es ist Zeit für dich zu prüfen, dass du gegen die Gesellschaft'n regeln. Ja. Es gibt eine große PTA-Meeting gerade jetzt an der Community Center. Du musst direkt in die Mitte der Meeting und diese Schaden zu ihren Schaden. Ja, das wird prüfen, deine individualität. Geh auf, mach es. Und komm nicht zurück, bis du eine Bildung von diesem Schaden hast. Tape auf die PTA-Table. Ja, mach Spaß da. Ich denke, ich werde es warten. Jo, bis gleich, Stan. Ja, mach Spaß. Das ist wirklich eine Taco-Belle, mit der wir beschäftigen. Danke, dass du kommst, neuer Kind. Jeder? Das ist der Kind, der Familie hat gerade in die Stadt geflogen. Wir haben sehr nahe Freunde geworden. Sein Name ist... Was ist dein Name? Well, in any way, dieses Kind und ich haben etwas vorhin und ich würde gerne, dass ihr seine Geschichte hören könnt. Geh auf, Kind. Sag ihm, du weißt, über all die... Geh auf, sag ihm das Ding. Das ist ein Wast von allen Zeit. Wenn die PTA nicht so etwas tun, was über die Taco-Belle zu machen, dann werden die restlichen Eltern. Komm, 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 komm! Komm, komm! Scheiße, die Konformisten. Warum? Sind sie ein guter Lager? Irgendwann sind sie hier schreien. Warum sollst du nicht deine freie Sprache zu Hause, kleiner Junge? Ich habe dich auf dem Schiff gesehen. Du hast ziemlich gute Kontrolle über deinen Scheiß. Das ist eine PTA-Meeting, junger Mann. Sei auf deinen Weg! Mackey? Ich hatte damals ein schlechtes Hortungsproblem, aber ich habe es durchgebracht. Jetzt kann ich nur Dinge wegwerfen. Würdest du das wegwerfen? Ich brauche es einfach irgendwo sehr spezifisch wegwerfen. Ich zeige es dir auf der Seite. Okay. Okay. Neu Quest, verschwendetes Lager. Gut, dann... Schau, ich weiß, wie du dich fühlst, okay? Aber das wird nichts lösen. Wir müssen in dieser Taco Bell gehen und wissen, was wirklich passiert ist. Hilf mir mit dem und ich werde dir mit dem helfen. Ich habe dich auf dem Schiff gesehen. Du hast ziemlich gute Kontrolle über deinen Scheiß. Ich kenne mich im Kühlschrank. Es ist Zeit für dich, etwas reales Kraft zu lernen. Oh! Wahre Kräfte! Ein Schwarz-Weiß-Bildschirm haben wir bekommen. Ready? Na? Ich kann dir sagen, dass du das Potenzial hast, aber du bist unbezüglich. Lass mich euch zeigen, was ich meine. Komm an mich. Versuch mich an mich. Komm an mich. Komm an! Ja? Ki, ja! Du kallst das Fartung auf jemanden? Du hast mich über ein Meilen verloren. Versuch es wieder! Ki, ja! Du kallst das Fartung auf jemanden? Du hast mich über ein Meilen verloren. Versuch es wieder! Hä? ... was mache ich denn? Du kallst das Fartung auf jemanden? Du wirst es bei einem Meilen verloren. Versuch es wieder! Du kallst das Fartung auf jemanden? Und du wirst ein Meilen verloren. Juhm! Was passiert denn hier gerade? Ich mache doch nichts anderes. Ich mache nichts anderes. Du wirst ein Meilen verloren. Versuch es wieder! Du kommst das Fartung auf jemanden? Und auf einmal habe ich wieder versagt. Ach, jetzt auf einmal. Ich habe nie was anderes gemacht. Es wird dein größtes Alli sein. Nicht wahr, mich? Versuch und block meine Attack. Oh, mein Gott. Ja, ja. Okay. Gut, wir halten. Oh, das hat ja gut geklappt. Ja, ich merke das schon. Ja, ich weiß, wie das geht. Danke. Danke, ich weiß es. Du bist halt viel zu nah für meinen Geschmack. Versagt, halte den Rechenssignal unten gedrückt. Ja, ich leide. Ich leide. Das hat beim letzten Mal auch bei mir schon übel lange gedauert. Einsaugen. Explodieren. Der muss also tatsächlich nach da hinten, oder wie? Nach ganz hinten. Okay, du probierst. Mach deinen Fart detenieren hinter mir. Ja, ja gut. Wir probieren es mal. So. So. Rumor, Rumor, Rumor. Er muss tatsächlich nach da hinten. Okay, gut. Du meinst? Gut. Habt ihr euch das gehört? Das klingt wie ein Chipmunk. Okay, ja! Sehr, sehr gut. Jetzt benutze, was ich dir taught habe, um in diese Taco Bellen zu schlafen. Find out, was sie sind, und reporte hier zurück. Und egal, was passiert, nie fahrt auf jemandem Ball. Du verstehst das? Ja. Okay, jetzt geht's. Da gab's Sachen zum angucken. Hi, Randy. Du fahrst färgig. Wie ein fahrter Lion. Ich wundere. Hat der Dragonborn endlich zurückgekehrt? Könnte sein. So. Wir scheißen ins Pissoir. Sehr gut. Da haben wir nichts, da haben wir nichts. Chipokémon. Ja, Tronon. Mach's gut, Randy. Mach's schön. Und Al Gore schreibt uns tausend Nachrichten, wie es aussieht. Und nun? Das ist, warum wir die Schule öffnen müssen. Zu viele eidlige Hände. Entschuldigung? Fragezeichen? Mr. Garrison? Das ist alles, was du hast als ein Sign. Zumindest Krabbe auf einem Desk oder so. Hey, kauf's schrauben. Ich hoffe, du hast schon mit einer schlechten Krabbe gefallen. Nein, bin ich nicht. Meine Güte. Gut, dann schleichen wir uns halt. Mit meiner Nase ist gar nichts falsch, du Arschlob. Das ist belastend. Neue Nachricht von Al Gore. Oh. Oh. Stimmt ja. Da war ja was. Ich erinnere mich. Und hier oben hatten wir doch so ein Ding. Ja. Söndchen. So, einmal hierher. Mitnehmen. Äh, ich sagte mitnehmen. Dann nimm es auch mit. Noch eine neue Nachricht von Al Gore. Hurra. Was schreibt der uns denn so, dieser Typ? So. Äh, der Schweinebärmann ist die größte Bedrohung für die heutige Gesellschaft. Signalboost. Teile diese Nachricht. Hey, wie läuft denn Tag? Ich schmeiße eine riesige Schweinebärmann-Themenparty. So viele tolle Leute hier. Es ist ja Skandal, dass es niemanden interessiert, dass der Schweinebärmann da draußen rumläuft. Das war ja nicht ganz ernst. Warte. Ach ja. So, also wir müssen jetzt zum Taco Bell. Rein theoretisch. Ach so. Ja gut. Das ist immer noch die große Oberaufgabe. Aber zum Taco Bell. Taco Bell in Anführungszeichen müssen wir. Aber ich würde sagen, wir bringen vorher noch Mackies Ding weg. Als letzte Amtshandlung der heutigen Folge. Die neue Nachricht von Mrs. Henke. So. Ach, du gute Güte. Ja, glaube ich auch. Entfreunde Al Gore. Neue Quest. Ja, der scheint ein bisschen auf den Sack zu gehen, ne? Oh, schön Pokémon. Gut, Mr. Mackie hat endlich ein Pokémon. Gut zu wissen. Hier ist auch eine Sonde. Noch eine neue Nachricht von Al Gore. Mackies Schlüssel. Für was denn? Für was ist der denn? Also schön, dass wir den haben, aber trotzdem. Sorry, Alter. Ich freue mich noch ein bisschen. Ich habe nicht so viel Platz. Mr. Mackies Schlüssel. Also ich frage mich echt, wofür der ist. Ah, hier kommen wir nicht lang. Obwohl da eigentlich gar nichts ist. So, das Tücher kann ich mitnehmen. Achso. Ja, stimmt. Das Ding hinstellen. Da gibt es Sinn. Kehre zu Mr. Mackie zurück. Neue Nachricht von Al Gore. Immer noch. Okay, Leute, wir entfreunden in der nächsten Folge erstmal Al Gore. Schließlich stehen wir hier auch eigentlich direkt um die Ecke. Müssen ja nur da rein, um dem Typen mal Bescheid zu husten. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und dann mal gucken, was wir mit Al Gore so anstellen. Bis dahin. Ciao. Ciao.